einen wunderschönen guten abend da draußen das war darag hallöchen der ist mit von der partie das war hausi der ist auch mit von der partie es geht um ein neues projekt wir bauen eine pyramide und wir fangen wie das sich gehört für die alten ägypter in der wüste an da wenn ich mich gerade gespawnt einen wunderschönen guten abend hallöchen ist fast pünktlich wir haben eben erst angefangen ok das ist gut so weit weg und ich müsste jetzt so ziemlich am waypoint sein ja ok dann ist komisch also 160 geht einigermaßen und verstehe ich nicht noch relativ gut ok ich habe hause gefunden das ist ziemlich genau 00 da kommt auch schon der rack und ein zombie vorne dran und zwar fangen wir an ist jetzt natürlich schwierig war ja nicht viel bäume sind aber wir werden hast du hier schon bäume gesetzt okay wir werden uns jetzt mal überlegen müssen wo wir die horden bisschen machen wie sieht denn da hinten das gelände aus also richtung norden schon mal nix weil das richtung berg richtung osten ist weite flur richtung süden ist auch gut die fläche hier sieht gut aus die sieht richtig gut aus das ist fast wie dafür geschaffen ich stecke mal kurz den initialpunkt ab zwei drei vier fünf sechs sieben zwei drei vier fünf ja klar wir machen aber ich muss sagen ich bin jetzt nicht auf 300 der pegel gerade dass ich jetzt meine ich bin jetzt 300 das geht also ich glaube wir nehmen das haus hier das ist cool das nehmen wir ich habe unser home base und 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Machen wir es mal rund auf 16. Das heißt, hier ist die Kante. Ja. So, das heißt also, wir haben schon mal... Warte, sorry, von meinem Fehler, ich wollte gerade den Stein aufbinden. Wir haben schon mal einen Eingangsbereich, der bis hierhin geht. Und das muss alles ausgedeutet werden, ne? Ja. Dankeschön für den Follow, Schwede 0815 und Hallöchen. So, also, das ist jetzt hier der Eingangsbereich. Das heißt, hier kommt der Gang hin. Bis hierhin geht der Gang. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, mit dem 4er geht es schon richtig flott. Warte mal, lieber Scholli. Hast du dir jetzt geholt? Ja, ja, ja. Läuft wie geschmiert. Ja, wir sehen wieder was. So, dann würde ich jetzt tendieren. Wer hat Steine? Gerade ich habe 432. Ja, bitte. Dann hätte ich gerne welche. 2410 hätte ich. Dann hätte ich gerne welche, weil wegen Cobblestone und so. Ja, warte, du bist ja gerade unten. Dann schmeiße ich ihm die gerade hin. Ja. Jo. Ich produziere auch gerade drauf und weiter. Ich muss gleich sowieso mal testen, ob das jetzt 10 Block tief sind, weil ich das so schlecht einschneide. Gebt mir auch mal ein paar Steine, dann mache ich mit. Ähm, ich hole Holz für Spikes. Ja. Tätet ihr noch mit mir? Ja, hallo, hausi, was wollen Sie? Gebt mir auch bitte ein paar Steine. Bin mit Murmeln. Was, Murmeln? Habt ihr doch gerade gesagt, ihr wollt Murmeln. Nicht wirklich. Nee, ich würde auch dann Kabestonen mit ansetzen, nehmen wir. Äh, brauchen wir eigentlich nicht. So, einmal Kornen, einmal Blummi und einmal Pilze. Okay, das hört sich gut an. Äh, alles in der linken Kiste. Ja. Weil ich da gerade sortiere. Okay. Da geht's in den Keller. Da will ich erstmal nicht hin. Ja. Ich hatte, glaube ich, gerade... Ich werde mal so langsam anfangen mit, äh, Slugsteilung. Mach ich gleich mal noch rein. Ja, ich bin tot. Wie? Ja, ich bin tot. Kannst du Honig mitbringen? Ja, haben wir Honig. Weiß ich nicht. Nein. Kannst du mal gucken? Oder Antibiotika? Nein. Ich bin auch nicht. Mann! Ja, was? Aber dann kann ich mich hier schon mal reinmüllen. Das ist schlimm. Ein Stein dabei. So. So. Das ist ein Stein. Ich würde mich mal aufprobieren. ach ja es wird so schön gewesen wenn das ohne oh wie das sind zwei zu viel mit dem vorschlag haben wir noch mal wenn ich da oben nimmt ihr die aus dem waffenschrank die 1 waffe die pistole alter so ich mache jetzt auf jeden fall nicht die heißen gott sonst kriege ich echt ein problem die forges ich baue hier mal noch ein bisschen um damit wir die forges setzen können da oben schon oder alle ja ich bin mal ein stopp müsste erst mal ein bisschen platz machen hier dass wir uns nicht gegenseitig über die füße treten so kiste mal ja noch hier drüber hoxy willst du dir noch mal einen vollen rucksack holen äh moment ich muss erst mal hier ich brauche unbedingt holz kann wir noch irgendwo eisen rumfliegen damit ich was schmelzen kann da ist eis da ist holz dann werde ich mich jetzt schon mal anfangen eine forges zu beschicken mit holz und eine machen wir mit steinen wegen zement nicht warm dann haben wir nämlich schon mal den anfang gemacht so die karre hier noch und dann war es das entgegen meiner überzeugung habe ich jetzt doch gerentscht aber es hat sich gelohnt ich habe die 1er repariert weil wir hatten ja sonst nichts ja ich habe noch eine 1 aber ich habe keine gefunden ich habe keine berührstelle gefunden keine klimaanlagen also ich habe jetzt ja nee aber ich habe jetzt einen einkaufswagen gefunden ich habe drei autos gewünscht und das hat gerade so gereicht wir können also nur ein workbench bauen gut reicht das war das ziel tagesziel erreicht also ich habe mich dieses zurück ich habe hier nur ein ich habe mont gehört dass du ich habe Untertitelung des ZDF, 2020